Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der modernen Architektur, ich freue mich, Ihnen heute über ein Thema berichten zu können, das uns hier im niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege in der Forschung und in der Öffentlichkeit seit einiger Zeit intensiv beschäftigt und uns ganz sicher noch lange beschäftigen wird, die Architektur der 1960er, 70er und 80er Jahre. Viele Menschen interessieren und engagieren sich für die Bauten dieser Jahrzehnte, die für manche noch immer ein Ärgernis sind, für andere hingegen als Zeugnisse der Baukunst, aber auch der sozialen, kulturellen und nicht zuletzt der wirtschaftlichen Entwicklung große Bedeutung haben. Es gibt zwei Anlässe für diesen Vortrag. Derzeit geht im Denkmalatlas Niedersachsen das Denkmalthema Nachkriegskirchen in Hannover online, das mein Kollege Rocco Curti erarbeitet hat. Auf der Website des Denkmalatlas finden Sie seine Einführung und einige der bedeutenden Kirchenbauten, die exemplarisch für die sakrale Architektur der Zeit sind. Ein weiteres Denkmalthema von Rocco Curti erläutert übrigens die 60er Jahre Architektur in Hannover allgemein. Der zweite Anlass für diesen Vortrag ist ein Buch, das demnächst erscheinen wird im Braun Verlag. Nicole Frohberg, Olaf Giesbert, Astrid Hansen, Katrin Kessler, Christoph Lücke und ich haben in diesen Reiseführer bedeutende und typische Projekte der 60er bis 80er Jahre in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie in den Landkreisen Peine, Wolfenbüttel und Helmstedt zusammengetragen und beschrieben. Die Fotos, auch einige von denen, die Sie gleich sehen werden, stammen von Lars Landmann und Andreas Bormann. Wir führen Sie in diesem Buch zu bekannten und unbekannten, unstrittigen Denkmalen und schwierigen Objekten. Von Siedlungen über größere Baukomplexe wie Schulen, Kirchenzentren oder Fabriken bis zu Einzelobjekten wie Wohnhäusern reicht das Spektrum dieser Präsentation. Der Band wird herausgegeben von der Braunschweigischen Landschaft. Ein herzlicher Danke daher an Anna Lamprecht von der Braunschweigischen Landschaft, aber auch den Unterstützern des Projekts der Braunschweigischen Evangelischen Landeskirche und nicht zuletzt dem NLD selbst sowie weiteren Förderern. Die Arbeitsgemeinschaft Denkmalpflege in der Braunschweigischen Landschaft gab es schon 2013 mit der Veranstaltungsreihe Achtung modern einen starken Impuls, sich mit den Bauten der Zeit seit 1960 in der Region zwischen Harz und Heide, wie man ja so sagt, zu befassen. Mit moderierten und von Fachleuten wie auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen begleiteten Rundgängen haben etliche hundert Bürgerinnen und Bürger 14 Bauwerke in Braunschweig, Wolfsburg, Helmstedt und Salzgitter besucht und diskutiert. Wir waren von der Resonanz damals sehr überrascht und von den Wortmeldungen der Besucherinnen und Besucher noch viel mehr. Ganz oft ging es ihnen nicht um architekturhistorische, baukünstlerische Fragen, sondern um ganz persönliche Erinnerungen und Eindrücke an Bauten und Orte, die das eigene Leben mit geprägt haben. 2017 erschien dann der von Norbert Funke und mir herausgegebene Band Achtung modern, der die 14 Bauten ausführlich mit Essays, aber auch mit historischen Texten vorstellt. Um diese und um weitere Bauwerke kreiste dann auch die Ausstellung Brutal modern im Braunschweigischen Landesmuseum mit einem erweiterten Blick auf das Leben und auf die Kultur und Gesellschaft dieser Epoche. Sie wurde von Katrin Kessler kuratiert, diese Ausstellung. Am Ende des Ausstellungsparkours gab es eine Stellwand, auf der die Besucherinnen und Besucher mit Klebepunkten abstimmen konnten, welche der gezeigten Objekte denn für die Zukunft erhalten bleiben sollten. Auch hier überraschten uns manche der Antworten. Ich will gar nicht so genau darauf eingehen. Zweifellos gibt es also ein öffentliches Interesse an der Architektur der späten Moderne. Ähnliche Initiativen, Bücher, Ausstellungen und Projekte laufen und liefen in vielen deutschen Städten und Regionen. Aber in welchen Objekten gibt es auch ein öffentliches Erhaltungsinteresse, das laut dem niedersächsischen Denkmalschutzgesetz die Eintragung in das Verzeichnis der Kulturdenkmale und damit den öffentlichen Denkmalschutz begründet. Das Baugeschehen der 1960er bis 80er Jahre ist selbstverständlich nicht von den politischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Ereignissen und Strömungen der Zeit zu trennen. Dies gilt für die Region des östlichen Niedersachsen ebenso wie allgemein. Dass es sich bei diesen Jahrzehnten nicht um eine irgendwie einheitliche Epoche handelt, ist offensichtlich. Auf allen Gebieten umfassten die Jahrzehnte von 1960 bis 1989 radikale Wandlungen in den Ausprägungen der populären Kulturen. Von Rock'n'Roll bis Hip-Hop, vom abstrakten Expressionismus zu Pop und Op-Art oder auch Land-Art, von Vico Torriano zu Udo Jürgens, vom Käfer zum Golf, vom Mettigel zur Frühlingsrolle, von Schwarz-Weiß zu Farbe. Auch in den architektonischen Formen, den Konstruktionen und Baumaterialien lassen sich Wandlungen und Entwicklungen beobachten. Entwicklungen, die aber kaum linear genannt werden können oder folgerichtig. Schon die Planungs- und Realisierungsprozesse, die sich manchmal über mehrere Jahre hinzogen, lassen Gleichzeitiges oft ungleichzeitig erscheinen. Hier sehen Sie ein kleines Panorama dieser Epoche mit Abbildungen aus dem Archiv der Stadthalle in Braunschweig, einem Ort, auf den ich noch eingehen werde, die diese Vielfalt der Epoche vielleicht zeigen. In den ersten Jahren, als noch die großen Projekte des Wiederaufbau und der Wirtschaftswunderzeit abgearbeitet wurden, verfestigte sich die deutsche Teilung. Der Mauerbau war, wie die Kubakrise, ein höher oder besser Tiefpunkt des Kalten Kriegs. Braunschweig und die Region fanden sich im Fadenkreuz des jederzeit möglichen Atomkriegs wieder. Der eiserne Vorhang wurde bis 1989 zur undurchdringlichen Grenze. Der die weltpolitische Bedrohung verschleiernde Begriff Zonenrandgebiet fand Eingang in den Alltag in Braunschweig, Helmstedt oder Wolfsburg, wo die Interzonen-Züge durch die Bahnhöfe rollten oder man in Barienborn am Grenzübergang auf die Kontrolle wartete. Alles Begriffe, die wir mittlerweile schon wieder vergessen haben, die glücklicherweise nicht mehr im alltäglichen Sprachgebrauch sind. Hoffentlich bleibt es so. Dennoch wollte man sich in Braunschweig und in der Region weiterhin als Mitte Deutschlands sehen. Eine Verkehrsspinne, die Sie hier auf der linken Seite sehen, aus einer Werbebroschüre zur 1965 eingeweihten Stadthalle in Braunschweig, tut so oder sieht so aus, als wäre Braunschweig weiterhin mitten im Zentrum einer grenzenlosen deutschen Landschaft. Also man kommt von allen Seiten gut nach Braunschweig, man kann sogar mit dem Flugzeug anreisen, quasi wie gemacht für die Metropole einer Weltstadt sozusagen. Ist Braunschweig natürlich nie geworden, dennoch ein wichtiger Ort in der Region. Ein Ort, der trotz Zonengrenze nicht im Abseits gelandet ist oder ein Ort, wo sich Entwicklungen exemplarisch zeigten, politische und gesellschaftliche Entwicklungen. Darauf möchte ich im Folgenden ein wenig eingehen und einige der Baugattungen, die die 60er, 70er und vielleicht auch 80er Jahre Architektur geprägten, vorstellen. Um 1960 hatte der Wiederaufbau der stark zerstörten Stadt Braunschweig die Wohnungsnot der ersten Nachkriegsjahre gelindert und die Unternehmen dort und in der ganzen Region nahmen am großen Aufschwung des Wirtschaftswunders des sogenannten teil. Neue Fabriken entstanden, Infrastrukturen wurden gebaut oder neu geschaffen. Ein Boom, der durchzog das Bauwesen. Insgesamt entstand der größte Teil des heutigen Baubestandes in dieser Zeit seit 1950, 60 bis in die 70er, 80er Jahre hinein. Also eine Unzahl von Bauten, eine Unzahl von Projekten, mit der wir uns hier zu beschäftigen hätten. Der Aspekt des wirtschaftlichen Wiederaufbaus und Aufschwungs ist nur eine Seite dieser Nachkriegsjahrzehnte. Eine andere Seite ist die des politischen Wiederaufbaus oder des Aufbaus einer Demokratie, zumindest in Westdeutschland. Demokratie und bürgerliche Selbstverwaltung erforderte neue Objekte, neue Bauwerke. In etlichen Orten entstanden zum Beispiel neue Rathäuser, die Ausdruck eines gewandelten Selbstverständnisses in einer demokratischen Gesellschaft sein sollten. Zugleich aber eben auch funktionierende in Anführungszeichen Verwaltungsmaschinen, die den gewachsenen Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung irgendwie gerecht werden sollten. Ein frühes Beispiel zeige ich Ihnen hier aus Peine. Das Rathaus, das 1960 entstanden ist von Inge und Martin Dücker, einem Hannoveraner Architektenpaar. Schon hier sehen Sie klar eine Aufteilung in drei Baublöcke, ein Hochbau für die Büros der Stadtverwaltung, links einen langgestreckten Trakt für die bedeutenderen Büros und auch öffentlichen Einrichtungen, rechts ein überdachter Innenhof für weitere Ämter und hier nicht im Bild, die Ratssäle, die sich oder der Ratssaal und die Fraktionssäle, die sich von hier aus gesehen auf der Rückseite des Gebäudes befinden. Also eine Architektur, die ein städtebauliches Signal setzen sollte, am Stadtrand der Altstadt von Peine, die aber auf der anderen Seite auch Offenheit, Freundlichkeit, eine gewisse Leichtigkeit hier noch mit allen Elementen der 50er Jahre Architektur repräsentieren sollte. Ungefähr gleichzeitig entstand in Salzgitter-Lebenstedt ein neues Rathaus. Lebenstedt oder Salzgitter, das ja erst in der NS-Zeit gegründet worden ist als Industriestandort. Lauter ältere Orte, Ortschaften, Dörfer wurden vereinigt zu dieser neu gewachsenen Stadt und später Großstadt. Lebenstedt sollte dort der Mittelpunkt dieser Industriestadt werden. Und zum Mittelpunkt gehört eben auch ein Rathaus, das weithin sichtbar ist. Wenn Sie heute zum Beispiel auf der Autobahn an Salzgitter vorbeifahren, fällt dieses blaue Hochhaus des Verwaltungsgebäudes des Rathauses auf. Auch hier ist die Funktionstrennung oder die Funktionsaufteilung eines Rathauses in einer demokratischen Gesellschaft deutlich zu erkennen. Denn der Sitzungssaal, das ist der vorgeschobene Block auf der rechten Seite, überdacht nicht nur den Eingang ins Rathaus, sondern ist auch das, was quasi im Stadtbild für die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar an diesem Platz sichtbar ist. Weiteres ist dann eben in den öffentlichen Ämtern um einen Innenhof, das ist der linke Teil, und in den nicht öffentlich unbedingt zugänglichen Ämtern im Hochbau untergebracht. Also auch hier die Vereinigung von demokratischer Selbstverwaltung und Verwaltungsstruktur insgesamt. Es wurden aber auch neue Kultureinrichtungen in diesen Städten geschaffen. Stadtteilen, Theater, Kulturhäuser, Bibliotheken sollten Ankerpunkte in den modernen Städten werden. Eine besondere Rolle spielte dabei in unserer Region, die wir betrachten wollen, Wolfsburg, auch eine NS-zeitliche Stadtgründung. Auch Wolfsburg hatte sich schon in den 50er Jahren ein neues Rathaus gebaut. Das steht hier von dem Kulturzentrum aus gesehen auf der linken Seite. Und es sollte in dieser, ja auf dem Reißbrett in der NS-Zeit angelegten und in den 50er Jahren zur Großstadt und 60er Jahren zur Großstadt gewachsenen Stadt dann eben auch ein kulturelles Zentrum entstehen. Dieses Kulturzentrum von Alva Aalto, dem finnischen Architekten der Moderne. Hier wurde in Wolfsburg wurde ein international renommierter Architekt engagiert, der Finne Alva Aalto, der ein Kulturzentrum für die Stadt schaffen sollte. Ein Zentrum mit unterschiedlichen Funktionen. Dort sollte eine Volkshochschule ihren Platz finden, ein Jugendzentrum und eine große Bibliothek. Aber auch Werkräume, die zum Beispiel von der Volkshochschule genutzt werden sollten. Und ein öffentlicher Raum, überdachter Raum, gefasster Raum zum Austausch der Bürgerinnen und Bürger. Direkt am Marktplatz, eben neben dem Rathaus angelegt. Die Architektursprache entspricht dem, was Alva Aalto an vielen Orten immer wieder gebaut hat. Dieses organische, auf den Menschen zugeschnittene, mit natürlichen oder naturnahen Formen spielende Bild, das sich bei vielen seiner Bauten ergibt. Und das hier besonders mit diesem Kranz der großen Hörsäle, die sich so nach und nach auftürmen, besonders deutlich dargestellt wird. Ein Bauwerk, das übrigens bis heute bestens erhalten ist. Es ist jetzt gerade 60 Jahre alt geworden. Ein Kulturdenkmal von besonderem, auch architekturhistorischen Rang. Während dieses Multifunktionsgebäude in Wolfsburg eben noch relativ kleinformatig war, eine Stadt mit 130.000 Einwohnern hatte man Ende der 50er Jahre noch nicht im Sinn, wollte man in Braunschweig eine etwas größere kulturelle Einrichtung schaffen, nämlich eine neue Stadthalle. Man hatte sehr schnell das im Krieg weitgehend zerstörte Staatstheater wieder aufgebaut, aber man brauchte und suchte eine Halle, in der eben auch verschiedene Veranstaltungen stattfinden konnten. Vom klassischen Konzert über den Ball bis zur Messe, zur Konferenz, Tagung, das möglichst in variablen Räumen und in verschiedenen Sälen unter einem großen Dach. Die aus dem Ruhrgebiet stammenden Architekten Heido Stumpf und Peter Vogtländer entwarfen diese Stadthalle auf einem sehr charakteristischen Grundriss, nämlich lauter Dreiecke bzw. Sechsecke. Auf diesem Raster wurde die gesamte Anlage geplant, sodass eine große Bauskulptur, kann man schon fast sagen, in der diese ganzen Funktionen zusammengefasst werden. Auch hier sind einzelne Bereiche klar ablesbar, aber die Stadthalle wirkt vor allem als eine Architekturskulptur dieser Architekturphase, die wir gern brutalistisch nennen, nach dem Betonbrü, nach dem Sichtbeton, also nach dem unbehandelten Beton, der hier übrigens gar nicht an so vielen Stellen sichtbar ist. Dennoch würde man dieses Bauwerk darunter fassen. Ein Bauwerk, das natürlich Schwierigkeiten macht, es über die Jahrzehnte zu erhalten und in der Nutzung zu halten. Die Stadthalle steht gerade vor einer Sanierung, aber ein Bauwerk, das diese Jahrzehnte erstaunlich gut überstanden hat, denn die Funktionen wurden immer weiter durchgehalten, durchgezogen sozusagen und man konnte das Bauwerk immer weiter nutzen und anpassen. Es ist sehr beliebt bei den Nutzerinnen und Nutzern und bei den Besuchern. Also hier eine Stadthalle, die als Zentrum nicht nur der Bürger in der Stadt, wie beim Kulturzentrum, sondern eben als Mittelpunkt für eine ganze Region gedacht war. Hierzu ja auch diese Verkehrsspinne, die ich eingangs gezeigt habe, Braunschweig im Herzen von Deutschland. Zurück wieder nach Wolfsburg, wenige Jahre später, das Kulturzentrum stand schon ein paar Jahre, rund zehn Jahre lang, wurde das Scharun-Theater des Architekten Hans Scharun eröffnet. Es hieß am Anfang natürlich Stadttheater, erst vor einigen Jahren bekam es den Namen des Architekten, wie beim Kulturzentrum das Alva-Alto-Kulturhaus heißt. Hier auch ein stark skulpturaler Ansatz in der Architektur, eine geradezu landschaftliche Architektur wurde hier entwickelt. Das Theater steht an einem Hang in Wolfsburg oberhalb der Kernstadt. Wenn man von der Stadt aus nach oben schaut, hat man eben einen Hügel dahinter den Wald und davor erstreckt sich diese Silhouette des Theaters mit einem auffällig langen Foyer, das Sie hier links im Bild sehen und an dem eher geschlossenen Zuschauer- und Bühnenhaus und einem flachen, zurückhaltenden Trakt für die Nebenräume, Garderoben und so weiter und so fort. Franz Scharun, der in der Nachkriegszeit ja vor allem mit der Philharmonie in Berlin große Berühmtheit erlangt hat, konnte hier sein letztes oder ein spätes Werk realisieren. Er ist vor der Einweihung verstorben. Es wurde aber in seinem Sinne zu Ende geführt. Hier ebenso eine organisch-kristalline Architektur, die mit der Landschaft spielt und ganz Wolfsburg ist ja so etwas wie eine Stadt-Landschaft. Etwas, was in diese Landschaft des Ur-Strom-Tals und dieser Hügel auf der Südseite hinein geplant worden ist. Also immer wieder ein ganz starker Bezug zwischen Landschaft und Architektur gesucht ist. Das Theater repräsentiert diese Idee einer gebauten Landschaft noch einmal in sich selbst, in seiner Struktur. Sowohl als Objekt, aber auch mit den Blicken, die man vom Theater aus, wie zum Beispiel auf der rechten Seite zu sehen, von diesen großen Fenstern des Foyers aus, über die Stadt eben auch haben konnte. Also ein Wechselspiel zwischen Architektur und Landschaft, beziehungsweise Stadt-Landschaft. Das große Foyer-Fenster ist so etwas wie die Bühne der Menschen, die da drinnen flanieren und umgekehrt ist die Stadt der Hintergrund der Menschen, die von dort oben dann nach unten schauen und in die Landschaft hineinschauen. Auch dieses Theater übrigens ist in einem sehr guten Zustand erhalten. Es wurde vor ein paar Jahren saniert und das Schönste daran ist, man sieht nicht, dass da viel eigentlich saniert und überarbeitet worden ist. Man konnte sehr viele Materialien bestens erhalten und weiterverwenden. Man musste sie nur ertüchtigen, reinigen, zum Teil mal auswechseln, die Technik erneuern, aber insgesamt funktioniert das Bauwerk seit rund 50 Jahren ohne größere Mängel. Und das ist, glaube ich, schon für eine Architektur-Epoche, der man ihre Nicht-Sanierbarkeit oft vorwirft, eine Besonderheit, die man auch mal zeigen kann. Das Landschaftliche der Stadt Wolfsburg, ihrer Großstadtplanung, entsprach den Idealen der aufgelockerten und durchgründen Stadt, die in den 50er Jahren zum Leitbild des Städtebaus gemacht wurden und in den 60ern weiterhin gepflegt wurden. Hier sehen Sie ein Luftbild des Wolfsburger Stadtteils Detmerode, eine klassische, in Anführungszeichen, Trabantenstadt der 60er Jahre, in den frühen 60ern geplant vom Berliner Architekten Paul Baumgarten und dann innerhalb weniger Jahre, sieben, acht Jahre, realisiert bis Ende der 60er Jahre. Ein Stadtteil geplant für 16.000 Einwohner, also eine mittlere Kleinstadt sozusagen, die dort entstehen sollte. Geplant als Wohnstadt für Menschen, die bei Volkswagen oder in Wolfsburg arbeiten, war hier die Funktionentrennung ganz oberstes Prinzip. Verkehrsgerecht sollte die Stadt sein. Sie sehen im Vordergrund die Autobahn, die nach Wolfsburg hineinführt, in die Kernstadt hineinführt und dann abzweigt. Heute ist da noch sehr viel mehr Autobahnen zu sehen. Sie sehen, dass dieser Stadtteil quasi an ein Verkehrssystem angebunden ist, sich aber nicht exakt daran ausrichtet. Die Gebäude sind quasi locker entfernt von diesen einzelnen, von diesen geschwungenen Straßen und folgen ihrerseits einem rechtwinkligen, ganz streng aufgezogenen Raster, das wirklich nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet ist. Wenn man in Desmerode an einem Gebäude entlangpeilt, kann man immer genau sehen, in welche Himmelsrichtung man gerade schaut. Dieses Prinzip der aufgelockerten und durchgrünten Stadt, der funktionsgetrennten Stadt insgesamt, also hier eben kein Gewerbe, keine Industrie, sondern fast ausschließlich Wohnen, ein bisschen Erholung, ein bisschen Konsum war hier nötig. Dieses Konzept vertritt Wolfsburg-Dedmerode in geradezu paradigmatischer Weise. Außerdem ist es die Heimat des Referenten. Ein Modell dieser Anlage zeigt das noch mal deutlicher aus einer Werbebroschüre einer der Wohnungsbaugesellschaft, die dort maßgeblich Objekte errichtet hat. Man erkennt hier ganz schön dieses Prinzip der verkehrsgerechten Stadt, eben eine Einfallstraße, die sich immer weiter auffächert in kleinere Sträßchen, so wie ein Lungenflügel oder ein Blutkreislauf sozusagen, der dann bis in die hinterste Zelle quasi hineinreicht, wo dann die Einfamilienhäuser und Reihenhäuser stehen. Zusammengehalten eigentlich von großen Einzelbauwerken, die Landmarken setzen und im Zentrum versorgt von einer großen Einheit, die als Marktplatz, als Einkaufszentrum die einzelnen Teile dieser Siedlung zusammenhalten. Eine Postkarte von ungefähr 1970 zeigt, was an Dettmerode zeigenswert erachtet wurde. Da sehen Sie die typischen Wohnbebauungen, Punkthäuser, Kettenhochhäuser, Einzelhochhäuser, so ein Scheibenhochhaus, dieses Stufenhochhaus in der Mitte und oben über dem Schriftzug, das Zentrum des Stadtteils, der Bereich des Einkaufszentrums. Also ein großes Meer von Einzelbauten und Wohnanlagen, das in dieser durchgrünten Landschaft arrangiert worden ist. Ein Zentrum, das wohl prägnanteste Bauwerk, auch für die Menschen, die nach Wolfsburg hineinfuhren, das Stufenhochhaus von Paul Baumgarten, 13 Stockwerke hoch, sich auftürmend mit dem höchsten Bereich zur Einfallstraße, zu dieser autobahnähnlichen Straße, die in die Stadt führt. Auf diese Postkarte werde ich später nochmal zurückkommen. In diesen großen Stadtvierteln der Trabantenstädte der 60er-Jahre, in der Region, die wir jetzt betrachten, gibt es natürlich noch einige weitere Beispiele, zum Beispiel in Salzgitter, Fredenberg oder in Braunschweig, die Weststadt. In diesem quasi Meer, das nur durch Großformen von Architektur zu strukturieren ist, sollten natürlich auch neue geistige Zentren entstehen. In Detmerode war es wieder Alvar Aalto, der zum Zuge kam mit dem Entwurf der evangelischen Kirche, die am Marktplatz entstand, also in diesem Einkaufszentrum und die dem diesen ein ganz besonderes Gepräge gibt. Die Architektur ist hier, anders als beim Kulturzentrum, mit diesen sehr expressiven, aufgefächerten Formen deutlich zurückgenommen, geht aber trotzdem über das rechtwinklige Raster Detmerodes mit seinen schiefwinkligen Formen teilweise hinaus. Wichtig ist sicherlich gewesen, dass es eine Architektur für die Menschen sein sollte. Die großen Türen des Kirchensaals lassen sich öffnen, sodass der Marktplatz ohne Schwelle in die Kirche hineingeht. Ebenso die Türen zum Gemeindezentrum, das mit der Kirche zusammengezogen ist. Das große Vordach vereint beide Bereiche, Gemeindezentrum und Kirche. Der Kirchturm ist leider nie fertig geworden. Man wollte, hatte irgendwann kein Geld mehr dafür. Ende der 60er Jahre kam man ja in eine Bauwirtschaftskrise hinein. Die Baupreise erhöhten sich drastisch. Man vertagte die Fertigstellung auf die Einkehr des Weltfriedens und ich denke, wir werden das leider nicht so schnell erleben. Der Innenraum der Kirche Kirche ist sehr zurückhaltend, schlicht und weiß gestaltet, aber hat eine starke, ja auch skulpturale Gestaltung. Herausragend oder überraschend sind diese hölzernen Schalldeckel, die an der Decke hängen, um dem Raum eine angenehme Akustik zu geben. Auch hier ist eben eine Multifunktionalität möglich, so ähnlich wie beim Kulturzentrum oder auch bei der Stadthalle. Man kann die Stühle, die da drin stehen, auch verschieben und könnte andere Formen der Anordnung wählen. Das ist eine Idee, die in den 60er Jahre Kirchen immer häufiger zum Tragen kam. Die andere Kirche des Stadtteils entstand etwas später. Sie ist die St. Raphaelkirche mit Gemeindezentrum der katholischen Kirchengemeinde. Sie steht nicht direkt an diesem Marktplatz, sondern an der Hauptverkehrsader hat damit eben eine ebenfalls städtebaulich sehr wirksame Situation besetzen können. Und der Hauptbaukörper, dieser im Grunde achteckige, aber vielfach gefaltete Kirchenbau, den Sie dort links sehen, erhebt sich dort wie eine Burg in dieser Stadtlandschaft. Etwas Burgartiges hat auch der Hof des Gemeindezentrums, dass Sie dort rechts daneben dann sehen, nur ein Gemeindehaus, ein Kindergarten, die Pfarrerwohnung, einen Innenhof umschließen, zu dem man über eine große Treppenanlage und viele weitere Wege von allen Seiten herankommen kann. Also sozusagen die Kirchenburg, auf die die Menschen, die Gläubigen zugehen oder auch hinaufschreiten können. Eine sehr geschickte Ausnutzung einer eigentlich kaum vorhandenen Topographie, die hier zu einer solchen Strukturidee gemacht worden ist. Ich zeige Ihnen diese alte Postkarte, weil das Gebäude heute durch einen neuen Farbanstrich nicht mehr diese Schroffheit hat, die es ursprünglich mal hatte. Der ursprünglich unbehandelte Mauerwerksbaukörper aus hellem Kalksandstein wurde übermalt, sodass er jetzt viel homogener wirkt als ursprünglich gedacht. Und der schroffe Beton, dieser Attica und dieses Unterbaus für das Kreuz ist heute eben auch deutlich geglättet, dadurch, dass er so grau angestrichen ist. Auch im Inneren hat sich an den Oberflächen ein wenig geändert, aber Sie erkennen hier diese sehr stark auch skulptural ausgeprägte kristalline Gestaltung aus Sichtbeton, aus Mauerwerk und aus Holz. Diese Materialien, die dann durchzogen werden durch Fensterbänder aus ganz einfachen Glaselementen. Also eine Kirche, eine katholische Kirche, die auch seit einigen Jahren als Denkmal geführt wird, die diese Architekturentwicklung der 60er, frühen 70er Jahre exemplarisch zeigt. Die Kirche zeigt übrigens auch die Entwicklung der katholischen Liturgie, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren den Altar in der Mitte der Gemeinde sehen wollte. Und das bringt diese Kirche als eines der frühen Beispiele ganz klar zum Ausdruck. Kirchenbauten sind überhaupt die Architekturen der 60er Jahre, die wohl den durchgängig einen hohen architektonischen Wert haben. Es finden sich sehr viele bedeutende und interessante, bemerkenswerte Kirchenarchitekturen. Ein Beispiel aus Helmstedt ist die St. Thomas Kirche und ihr Gemeindezentrum entworfen von Ulrich Hausmann, 1967 eingeweiht. Hier ein Modellfoto. Das Modell ist in der Kirchengemeinde noch erhalten. Auch hier sofort erkennbar, es geht um Skulpturales. Es geht darum, in dieser Stadtlandschaft, auch dort eine allerdings in den 50er Jahren schon entstandene Großsiedlung, auch dort einen Ankerpunkt quasi zu entwickeln. Wie so eine Spirale ziehen sich die Bauwerke hin und erhöhen sich immer weiter bis zu dem Kreuzträger, der quasi dann wie ein Turm wirkt und diese ganze Anlage überragt. Alle Formen scheinen gebrochen, zusammengeschoben, auseinandergezogen. Eine ganz stark bewegte, schroffe, skulpturale Architektur, die hier realisiert worden ist. Auf der anderen Seite dann auch wieder die Idee, eben ein Kirchenzentrum zu haben, das von allen Seiten durch die Menschen erreicht werden kann, das für alle offen ist und trotzdem einen abgesonderten internen Bereich zwischen Kirche und Gemeindezentrum für die Menschen darstellen sollte. Heute kann man diese Anlage in ihrer Wirkung in dem Stadtviertel kaum mehr sehen, es ist einfach zugewachsen. Auch im Inneren hat sich einiges verändert. Links ein Foto aus der Zeit kurz nach der Erbauung, da fehlte noch die Orgel auf der Empore, die war geplant. Ansonsten war gedacht, dass der Bau ausschließlich durch seine Sichtbetonwände und seine Materialität, seine Oberflächenschroffheit auch leben sollte. Und dazu sollten starke Licht- und Schatteneffekte treten, denn dieses raue Material mit den Schalungsbrettern, mit den Holzmaserungen, die sich da abbilden, abdrucken in dem Beton, das sollte ein ganz wesentliches Gestaltungsmoment der Architektur sein. Diese Schroffheit, gewissermaßen auch Kälte, die war vielen Menschen offensichtlich nicht so ganz geheuer. Manche Menschen werden sie auch einfach nicht verstanden haben, dass das eine Antwort ist quasi auf die modernen Zeiten. Entsprechend wurde auch diese Kirche im Inneren nach und nach ein wenig verändert. Es kam ein großer Wandbehang hinter den Altar, künstlerisch gestaltet. Es wurden aber leider auch aus Gründen von Wassereintritt die Fensterbänder zwischen den sich aufstufenden Deckenbalken aus Beton geschlossen, sodass heute diese Licht- und Schattenwirkung im Inneren nicht mehr ganz so expressiv ist, wie sie ursprünglich mal gedacht war. Diese hochexpressiven Kirchen- und Gemeindezentren der 60er Jahre wurden bis Anfang der 70er Jahre weiter gebaut, aber es regte sich recht bald eine neue Idee davon, was Kirche sein sollte. Die Kirche inmitten der Stadt, die war etwas, was sehr viel bedeutender gesehen wurde. Die Kirche als Zentrum für Menschen, die vielleicht auch gar nicht kirchlich orientiert sind. Ein solches Beispiel entstand in der Braunschweiger Weststadt, wie gesagt auch ein großes Trabantenstadtgebiet mit, ich glaube, über 20.000 Einwohnern. Relativ spät in dieses Gebiet hinein gepflanzt wurde das Kirchenzentrum der Emmauskirche von Peter Sandleben und einem Architektenkollektiv 1983 fertiggestellt. Es zeigt sich, bei dieser Kirche und bei vielen anderen Bauten dieser späten Phase des Kirchbau-Booms eine Zurücknahme des quasi Sakralen hin zu einer mehr funktionalen Architektur. Sehr wichtig war den Architekten und der Gemeinde, dass die Kirche und dieses Gemeindezentrum für die Menschen offen sein sollte. Hier vom Marktplatz aus gesehen können die Menschen in dieses Zentrum hineingehen, durch es hindurchgehen. Das war ein Forum geplant, das quasi für diesen ganzen Stadtteil dienen sollte. Fast schon beiläufig gelangt man dann in den eigentlichen Kirchensaal, der hier auf der rechten Seite zu sehen ist und der Kirchturm ist eigentlich nur noch ein Glockenträger, sicherlich hier noch ausgeprägt zu sehen. Es gibt aber auch Beispiele, wo davon kaum noch etwas zu sehen ist. Der Kirchturm wird immer weiter zurückgenommen. Die Kirche wird als soziales und kulturelles Phänomen verstanden, als Phänomen der Menschen und nicht als etwas, was Erhabenheit oder Sakralität ausdrücken sollte. Tatsächlich endete dann auch in den 70er Jahren der Kirchbau-Boom sehr abrupt und seitdem wurde nur noch von den großen Konfessionen nur noch sehr wenig Kirchenbau betrieben. Also da, wo mal Kirchen abgetragen werden mussten, entstand was Neues oder auch in wenigen Neubaugebieten. Aber der große Boom war vorbei und die Zeit dieser zum Teil wunderbaren, expressiven Kirchen der 60er Jahre war damit auch vorüber. Der eben gezeigte Ulrich Hausmann übrigens, der mehrere Kirchen im Braunschweigischen errichtete seit 1971 keine einzige Kirche mehr, obwohl man ihn durchaus in den 60ern als Experten dafür ansehen konnte. Eine andere Baugattung möchte ich Ihnen einmal kurz zeigen, weil wir sie oft und gerne übersehen. Das sind die Friedhofskapellen. Friedhofskapellen entstanden in den 60er Jahren in der Region, die wir da betrachten, vor allem im Gebiet der Braunschweigischen Landeskirche, auf fast jedem Dorffriedhof neu. Wenn nicht über eine Kapelle vorhanden war, entstand eine neue Friedhofskapelle. Warum sind diese Friedhofskapellen so interessant? Weil sie ein überschaubares Bauprogramm haben, also die Aussegnungshalle und ein paar Nebenräume, vielleicht noch einen Leichenraum oder ein Vorbereitungsraum für den Abschied Gottesdienst oder für die Beisetzung, aber eben relativ einfache Objekte eigentlich. Trotzdem markieren sie ja einen ganz wichtigen Schritt im Leben der Menschen, nämlich den Abschied von den Verstorbenen. Also eine Architektur, die danach ruft, gestaltet zu sein, einen Raum zu gestalten, der einen Übergang repräsentiert. Die Lösungen, die da gefunden wurden, sind überraschend vielfältig in den 60er Jahren, als man sich von den typischen, von den hergebrachten Formen des Sakralen der kirchlichen Architekturgeschichte eben abwenden konnte. Als Beispiel von vielen, wirklich vielen schönen Beispielen, zeige ich Ihnen die Friedhofskapelle in Salzdalum, entworfen von Braunschweiger Architekten Hannes Westermann 1964 fertiggestellt. Die Friedhöfe dieser Zeit entstanden meistens an den Ortsrändern oder lagen dort ohnehin schon. Das heißt, sie haben immer eine gewisse landschaftliche Wirkung und diese Situation machte sich Hannes Westermann hier natürlich zunutze, indem er einen Glockenträger, diese abgeschrägte Wandscheibe, aufstellt, an der auch das Kreuz, das für Friedhöfe charakteristisch ist, das Hochkreuz, angebracht werden konnte. Daneben ein eigentlich einfacher Saalbau, der man auf dieser Seite betritt und dann auf der Rückseite verlässt, also einen Schwellenraum, der während der Trauerfeier durchschritten wird. Ein architektonisch räumliches Konzept, das für diese Baugattung ja eigentlich naheliegend ist, aber gar nicht so oft in dieser Weise umgesetzt worden ist. Aus dieser bescheidenen Bauaufgabe haben etliche der Architekten der Braunschweigischen Landeskirche und ihres Umfelds, zu dem auch Hannes Westermann gehörte, sehr, sehr viele hübsche Kleinode der 60er Jahre Architektur gemacht. Rechts sehen Sie, wie einfach man so etwas auch mit Bedeutung und Symbolkraft aufladen kann. Einfach dadurch, dass man ein paar Ziegel etwas rauszieht, entsteht ein Kreuzmuster und bei entsprechendem Sonnenstand ein sehr schönes Licht- und Schattenspiel, das diese Architektur dann plötzlich sehr lebendig und eindrücklich macht. Auf solche Bauwerke und Beispiele weisen wir in unserem Wegweiser immer wieder hin und die gilt es wirklich immer wieder zu entdecken. Ich kannte viele von denen vor der Arbeit an dem Buch auch nicht. Ein anderes Feld der Architektur der 60er Jahre, auf dem sich sehr viel verändert hat, ist der Bau von Bildungsbauten. In den 60er Jahren wurde allerorten eine Bildungskrise festgestellt. Man wollte neue Schulsysteme, neue pädagogische Systeme entwickeln und die Schulen modernisieren. Man wollte sie auch zusammenfassen und letztlich einen gesellschaftlichen Umschwung damit in die Wege leiten. Die vielen Neubaugebiete der 50er und 60er Jahre erforderten auf der anderen Seite auch schlicht neue schulische und Bildungsinfrastrukturen. Ein Beispiel dafür ist der Stephanus Kindergarten in Wolfsburg-Dettmerode, also in dem vorhin vorgestellten Stadtteil, den Hans Scharoun und seine Frau entworfen haben oder konzipiert haben und der ist relativ spät 1969 in Betrieb genommen worden ist. Also hier ein Bau, ein Kindergartenbau mit einzelnen Gruppengebäuden, die quasi wie kleine Pavillons aussehen und zusammengefügt sind. Alles sehr sehr klein, maßstäblich, wirklich eine Architektur für Kinder und ähnlich wie beim Theater, nur ganz ohne theatralischen Beigeschmack, ist auch hier die Beziehung zwischen innen und außen, zwischen dem Garten des Kindergartens und den Gruppenräumen ein ganz wesentliches Element der Gestaltung. Also neue Konzepte für die Gestaltung von Kindergärten wurden umgesetzt. Größeren Maßstab erlangten neue Schulkonzepte. Das Schulzentrum, schließlich die integrierte Gesamtschule, also das Zusammenführen der weiterführenden Schulgattungen in einer pädagogischen Einheit, das wurde die große Herausforderung und das große Thema der späten 60er und dann vor allem der 70er Jahre. Wolfsburg wollte da als sich neu und modern verstehende Stadt auf jeden Fall ganz vorne mit dabei sein. Links so eine Broschüre, Willkommen in der Stadt moderner Schulen, mit der Lehrerinnen und Lehrer nach Wolfsburg gelockt werden sollten und zwar explizit auch mit der Architektur der modernen Schule. Was Sie im Hintergrund dieses Fotos da mit Goethe und Schiller auf dem Podest sehen, das ist die Heinrich Nordhoff Gesamtschule, deren aktuellen Zustand, ungefähr der aktuellen Zustand, Sie auf der rechten Seite sehen können. Geplant war sie anfangs noch als dreigliedrige Schule, wurde dann aber sehr früh zu einer integrierten Gesamtschule zusammengelegt, einer der ersten in Niedersachsen. Eine große Schullandschaft entstand dort, sollte dort entstehen, die Klassentrakte, Fachklassen, Betreuungseinrichtungen, Bibliotheken, aber auch Einrichtungen für die Menschen der umgebenden Stadtteile zusammenführen sollte. Die Anlage wurde gar nicht vollständig zu Ende geführt und auch stark verändert, aber die Idee einer Schule als kleine Stadt oder als Landschaft in der großen Stadt, die ist hier sehr deutlich zu erkennen. Wie überhaupt diese Idee des Landschaftlichen, das im Kontrast zur kompakten Altstadt steht, die Architektur der 60er Jahre immer weiter und immer wieder bestimmt. In den 70ern wurden diese Schulkonzepte unter anderem von dem Büro um Hans-Joachim Püsal herum immer weiter rationalisiert und vorangetrieben. Hier das Schulzentrum der Wilhelm-Bode-Schule in Königsluther aus den frühen 70er Jahren von Püsal, Jensen, Starnberg und Partner, die diese Entwicklung exemplarisch zeigt. Allüberall entstanden solche Schulzentren in dieser zeittypischen Architektur mit sehr interessanten räumlichen Konzepten, die auch entsprechende pädagogische Konzepte voraussetzten bzw. auf sie reagierten. Das Schulwesen dieser Zeit und diese Architektur ist etwas, womit wir uns sicherlich in der Denkmalpflege und in der Architekturgeschichte-Forschung weiter beschäftigen müssen. Etliche weitere Bauaufgaben könnten wir hier als durchgängige Bauaufgaben, aber auch als zeittypische Bauaufgaben betrachten. Sicherlich immer interessant ist die Industriearchitektur der Zeit. Unten links mit einem Beispiel von Walter Henn, dem großen Industriearchitekten der 60er, 50er, 60er, 70er Jahre. Nicht zu vernachlässigen, die Architektur der Freizeit und des Sports. Oben links die Eissporthalle in Salzgitter Lebenstedt und die Architektur des Konsums. Je mehr Freizeit die Menschen hatten, umso mehr Zeit konnten sie eben mit Eislaufen, aber auch mit Einkaufen und Eisessen verbringen. Rechts ein Galeria-Kaufhof-Gebäude in Braunschweig von Helge Bufinger. Also ganz viele Baugattungen kann ich hier heute nicht betrachten, zum Beispiel auch den Einfamilienhausbau oder das Wohnen selbst, die Wohnbauten selbst. Ja, was ist da nun spezifisch in der Region Braunschweig in dieser Zeit? Alles das, was ich Ihnen gezeigt habe bislang, findet sich so und ähnlich auch in der gesamten Bundesrepublik, in ganz Europa eigentlich. Und vieles ist eben auch eine internationale Architektur der späten Moderne mit einer wiederkehrenden Architektursprache. Die Region Braunschweig zeichnet sich allerdings dadurch aus, dass sehr viele Architektinnen und Architekten Absolventen der Braunschweiger Technischen Hochschule waren, die in den 50er Jahren sich zu einer wichtigen Ausbildungsstätte der Nachkriegsmoderne entwickelt hat. Bald kam der Begriff der Braunschweiger Schule auf. Der Begriff der Braunschweiger Schule der Nachkriegsmoderne wäre wahrscheinlich besser, weil sich um den Architekten Friedrich Wilhelm Krämer einige weitere bedeutende oder erfolgreiche Architekten der 50er Jahre gesammelt haben. Walter Henn hatte ich schon erwähnt, Dieter Österlin in Hannover, mindestens genauso bekannt wie in Braunschweig, war der Dritte im Bunde der Heron dieser Braunschweiger Schule. Später kamen weitere dazu. Nicht zu vergessen sind Manfred Lehmbruck oder auch Denko Strisic, die einiges beigetragen haben zur Braunschweiger Schule. Wie lässt sich das zusammenfassen, also einen einheitlichen Begriff für die Braunschweiger Schule zu finden, ist relativ schwierig. Sie können das übrigens vertieft nachschauen im Denkmalthema Braunschweiger Schule, das Jan Lubitz im Denkmalatlas Niedersachsen veröffentlicht hat. Die Architektur dieser Braunschweiger Schule lässt sich eben nicht über einen Kamm scheren. Es waren unterschiedliche Persönlichkeiten, die die Lehre geprägt haben und es waren natürlich auch sehr unterschiedliche Studierende, die dort gearbeitet haben. Interessant ist, dass ein starker Praxisbezug immer da war. Die Studierenden arbeiteten früh in den Instituten und Büros der Lehrer mit. Der Übergang ins Berufsleben war geradezu fließend. Erkennbar ist die Orientierung hier auch beim Hochschulforum an der internationalen Moderne, speziell an der Architektur der 20er Jahre, an der klassischen Moderne, die hier weiter gesponnen wird, kann man geradezu sagen. Denn die Heroen dieser 20er Jahre wurden weiter verehrt. Lies van der Rohe zum Beispiel erhielt eine Ehrendoktorwürde der Braunschweiger Technischen Hochschule. Friedrich Wilhelm Krämer, diese Leitfigur der Fakultät, überbrachte ihm persönlich die Urkunde in den USA. Früher hatte man auch die Architektur in Skandinavien zum Vorbild genommen. Die Architekten selbst hatten ihre Karrieren in der Zeit des Nationalsozialismus begonnen, wollten aber dieser Tradition, also der NS-Tradition, eindeutig den Rücken kehren und versuchten, wie so viele Menschen in Deutschland, eine Stunde Null zu proklamieren, die 1945 zur Trennlinie zwischen Alt und Neu werden sollte. In ihren Biografien ist das nicht gerechtfertigt, das sind natürlich durchgängige Lebensläufe, aber in der Architektur ist schon ein starker Wandel zu erkennen. Man beschäftigte sich auch sogar mit der modernen Architektur als Gegenbild zum Historismus, zur gewachsenen Stadt, als Gegenbild auch zu einer Architektur des Wilhelminismus, die man als Vorboten des Militarismus und des NS-Neoklassizismus verstand. Die Bauten der Braunschweiger Hochschule repräsentieren das in jeglicher Hinsicht. Das Hochschulforum selbst, rechts mit dem Audimax und einem Relief von Jean Arp an der Wand angebracht, ist solch ein Beispiel, wo die Menschen quasi Gläsern durch gläserne Fassaden hindurch schreiten konnten, über einen Forum hinweg schreiten konnten. Die Idee einer Agora, eines Platzes der Diskussion spielt hier mitten im Zentrum der Universität eben eine große Rolle. Die Bauwerke wurden entworfen, größtenteils von den Hochschullehrern, hier eben Friedrich Wilhelm Krämer mit seinem Büro. Auch Walter Henn, der Industriearchitekt, war tätig und entwarf die Mensa und das Verwaltungsgebäude des AStA, das Sie hier ganz gut sehen können. Auch da wird eben quasi deutlich, die Architektur ist so etwas wie ein Lehrbeispiel, wie gutes Bauen, wie gutes Entwerfen und Konstruieren auszusehen hatte. Die Studierenden der Architektur, aber auch des Bauingenieurwesens konnten sehen, was ihre Lehrer trieben und machten und daran selbst sehr viel lernen. Also eine auch pädagogisch gedachte Architektur. Die TU selbst, seit 1968 TU Braunschweig, erhielt etliche neue Bauten und jeder neu berufene Professor bekam auch einen Auftrag für ein Institut, hier ein relativ spätes Beispiel von Manfred Lehmbruck, das Leichtweiß-Institut für Wasserbau. In der Region wurden eben sehr viele der Architekten, sehr viele Entwürfe von den Architekten, die an der Hochschule lehrten, umgesetzt. Einige habe ich Ihnen ja gezeigt, aber auch die Absolventen waren extrem erfolgreich in der Region und weit darüber hinaus. Ich hatte Ihnen Beispiele von Hannes Westermann gezeigt, von Hans-Joachim Püsal, von Ulrich Hausmann, von Helge Bofinger, das war das Kaufhausgebäude. Es fehlt zum Beispiel Meinhard von Gerkan, dessen Werke international bekannt geworden sind. Alles das sind Braunschweiger Schüler, kann man sagen. Allein schon an der Nennung der Namen zeigt sich, manche sind überregional bekannt geworden, andere nicht. Aber sie bestimmten auf jeden Fall das Baugeschehen in der Region. Manchmal wurden, wie mit Alva Aalto gezeigt und Paul Baumgarten, auch Architekten von außerhalb in die Region geholt. Ich zeige Ihnen hier zum Abschluss dieses Rundgangs durch die Region ein Kaufhaus in Braunschweig, hier mit der falschen Bildunterschrift. Das ist das Kaufhaus Karstadt am Gewandhaus von Gottfried Böhm 1978 fertiggestellt. Noch während die letzten Großsiedlungen als Satellitenstädte wie Wolfsburg-Dettmerode, die Weststadt in Braunschweig oder Salzgitter-Lichtenberg geplant und gebaut wurden, die Geschosszahlen und die Bewahrungsdichte unter dem Diktum Urbanität durch Dichte noch einmal erhöht wurden, wie in Wolfsburg-Westhagen. Noch während dies alles geschah, regte sich schon entschiedene Kritik an diesem Bauwirtschaftsfunktionalismus, im Begriff von Heinrich Klotz. Es regte sich Kritik an den nun als geschichts- und gesichtslos und als seelenlos empfundenen Bauten und städtischen Strukturen, die man nicht als städtisch, nicht als urban empfand. Schon 1965, am Anfang dieser Epoche, die ja keine wirkliche Epoche ist, hatten Alexander und Margarete Mitscherlich die Unwirtlichkeit unserer Städte konstatiert. Der Bericht des Club of Rome, der 1972 die Grenzen des Wachstums aufzeigen wollte, und der Ölpreisschock von 1973 markierten nicht nur eine wirtschaftliche Krise, sondern auch den Beginn eines ökologischen Umdenkens. Die verkehrsgerechte Stadt wurde zum Beispiel infrage gestellt, das Grün als Erholungsraum nur noch zu betrachten und als Freizeitraum ebenso. Politisch hat sich vieles. Nach der Studentenbewegung der 68er Jahre entstand der RAF-Terror des deutschen Herbsts von 1977 und erschütterte die scheinbare Sicherheit der bürgerlichen, bundesrepublikanischen Gesellschaft, die sich gerade daran gewöhnen wollte, mehr Demokratie zu wagen, wie es Willy Brandt sagte. Eine Gesellschaft, die sich in modisch bunten Farben und Mustern der Hippie- und Flowerpower-Bewegung einhüllte. Wer wie der Vortragende seine Kindheit und Jugend in den 70ern verlebte, wird das Orange und das Braun der Korthosen und der Niki-Pulis am eigenen Leib erfahren haben. Übrigens Farben, die wir heute als quasi Datierungsmerkmal dieser Architektur, der Bauten und Räume, ihrer Ausstattung wirklich immer wieder heranziehen können. Allerdings immer weniger. Zwischen dem Abriss der Braunschweiger Schlossruine 1960 im Zeichen des Sieges der demokratischen Modernisierung und dem europäischen Denkmaljahr 1975 lagen nur 15 Jahre. Die Rückbesinnung auf das gewachsene Stadtbild als wesentliches Merkmal der Urbanität und der gesellschaftlichen Identifikation rückte fortan in den Fokus. Gleichzeitig mit der Trimmlichwelle kam die Denkmalschutzwelle als eine neue Form der Bürgerbewegung auf. Die historische Stadt mit ihren kleinteiligen, vielfältigen Formen sollte die Großformen und Solitärbauten als Leitbild der urbanen Entwicklung ablösen. Der Übergang von der späten Moderne mit ihren ästhetisierten Funktionalität hin zur Postmoderne mit ihrem intellektuellen Spiel mit historischen Zitaten und Anverwandlungen war fließend. Der neue Stil kam aber erst in den 80er Jahren oft ins Belanglose vergröbert auf breiter Front in den Städten dieser Region an und machte sogar vor plakativen Fachwerkertrappen in manchen der älteren Stadtteile nicht halt. Noch in den 70er Jahren entstanden aber auch Gebäude wie dieses Karstadt am Gewandhaus, Kaufhaus im Braunschweig von Gottfried Böhm, die aus der Beschäftigung mit dem historischen Umfeld originelles Neues entwickeln wollten, anstatt bloß eine Fassade zu rekonstruieren. Sie sehen das hier ganz schön, wie die Proportionen dieser Fassade mit den umgebenden Resten der mittelalterlichen oder der neuzeitlichen Altstadt von Braunschweig spielen, ohne dabei sich irgendwie anzubiedern oder sich zu verstecken. Die architektonische Postmoderne hielt also auch in der hier betrachteten Region Einzug. Allerdings machten sich sowohl die wirtschaftlichen Krisen, zum Beispiel in Wolfsburg und damit in der ganzen Region, die Krise in der Autoproduktion bei VW, aber auch eine gewisse Saturiertheit mit Neubauten bemerkbar. Der große Nachholbedarf der ersten Nachkriegsjahrzehnte war auf nahezu allen Feldern des Bauens schlichtweg gedeckt. Aber vielleicht haben wir auch noch einfach nicht genau genug gesucht und müssten die bedeutenden und herausragenden Objekte dieser Zeit noch ermitteln. Wie befasst sich nun die Denkmalpflege mit den Objekten dieser 60er bis 70er, 80er Jahre? Einige herausragende sind zum Teil schon seit langem eingetragene Denkmale. Sie werden intensiv von den unteren Denkmalschutzbehörden und den Kolleginnen und Kollegen in der praktischen Baudenkmalpflege im niedersächsischen Landesamt betreut. Aber die große Masse der Objekte ist bislang noch nicht betrachtet und aus dieser Unzahl möglicher Bauwerke diejenigen und sicher nur wenigen herauszufiltern, die Denkmalwert haben sollen, ist eine vor uns stehende Aufgabe. Für die Erhaltung ist die spezifische Situation dieser Denkmale der Nachkriegsmoderne eine Herausforderung. Materialien und Konstruktionen können nicht mit einfachen, handwerklichen, herkömmlichen Mitteln repariert werden. Manche der Materialexperimente der 60er Jahre haben tatsächliche Sorgenkinder hinterlassen. Das Stufenhochhaus in Wolfsburg, das schon gezeigte Eingangsgebäude und Symbol des Stadtteils Detmerode, war mit einer ungünstigen Kombination aus auskragenden statischen Systemen zu geringer Betonüberdeckung und den damals neu eingesetzten Thermocrete-Beton für die soziale Wohnungsgesellschaft nicht mehr sanierungsfähig und wurde abgerissen. Dort steht seit zwei Jahren ein neues Wohnhochhaus-Ensemble. Die Wohnbedingungen in den Trabantenstädten, in den Wohnungen, werden heute oft als problematisch empfunden. Die Wohnungen sind zu klein, die Zimmer zu klein, zu verwinkelt. Manches Mal die Funktionalität der Wohngrundrisse ist heute nicht mehr so gewünscht. Mehr Fläche ist das, was sich alle wünschen. Dem entspricht diese Architektur nicht. So wurde schon 2012 die sogenannte Neulandburg in Detmerode, Sie sehen sie auf der Postkarte in der zweiten Reihe ganz links, in 2012 eben radikal zurückgebaut. Einige Teile sind noch da, aber die höheren wurden niedergelegt. Ein anderes Problem sind eben die verwendeten Baumaterialien. Bei den beiden Wohnhochhäusern Don Camillo und Pepone, Sie sehen die oben rechts auf der Postkarte, machte Asbest große Probleme und aber auch der Brandschutz, der mit seinen Anforderungen gerechtfertigt dort eingebracht werden sollte. Die beiden Gebäude wurden und werden gerade radikal entkernt und bekommen eine neue glänzende, weich geformte Hülle, wie Sie sie hier auf diesem Rendering auf der rechten Seite sehen. Dass das 60er Jahre Architektur ist, die das Stadtbild geprägt hat, wird dann nicht mehr zu erkennen sein. Viele andere Drücke, Lasten auf der Architektur der 60er Jahre in besonderer Weise. Fragen der Energie, des Brandschutzes, der Barrierefreiheit, alles dies sind Aspekte, die diese Bauwerke schwierig machen. Auf der anderen Seite müssten wir natürlich darüber diskutieren, welche davon als Zeugnisse ihrer Epoche als Denkmale erhalten werden sollten. Für das Gros der Bauten steht, wie gesagt, eine denkmalfachliche Bewertung noch aus. Das niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege widmet sich der Aufgabe dieser Betrachtung dieses riesigen Bestands seit einigen Jahren. Wir haben zum Beispiel Inventarisationsprojekte für die Kirchen in Hannover, für evangelische Kirchen im Landkreis Osnabrück und gerade jetzt gestartet für evangelische Kirchen im Oldenburgischen unternommen und versuchen so nach und nach durch diesen Bestand hindurch zu kommen. Auf der anderen Seite sehen wir eben, ich habe jetzt hier mal die Postkarte ein bisschen retuschiert, dass diese Bestände einem hohen Veränderungsdruck unterliegen und vieles werden wir gar nicht mehr rechtzeitig erfassen und dokumentieren können, um es zu bewerten und dann gegebenenfalls unter Schutz zu stellen. Die Erforschung der Architektur, des Städtebaus, der Landschaftsplanung in den Jahrzehnten zwischen 1960 und 1990 steht noch vor erheblichen Aufgaben, auch wenn die Region zwischen Harz und Heide im Vergleich zu anderen niedersächsischen Regionen, mal abgesehen von Hannover, eigentlich schon recht intensiv betrachtet wurde und auch wird. Hier wie auch anderswo sind noch viele bemerkenswerte Beispiele und Bauten zu entdecken und wir hoffen mit den diversen Initiativen, Publikationen und Projekten, zum Beispiel auch mit diesen Wegweiser, nicht nur ein fachliches Interesse an dieser Architektur weiter zu steigern. Die wenigen Bauwerke, die zukünftig als Denkmale von dieser Epoche Zeugen werden, lassen sich nur erhalten, wenn sie im Bewusstsein der Menschen als ein gemeinsames, wenn auch nicht immer einfaches Erbe verankert sind, genauso verankert wie die Dorfkirchen, Schlösser, Bürgerhäuser oder Windmühlen der Vergangenheit. Vielen Dank. Vielen Dank.